Moin aus dem Park der Gärten. Hortensien blühen den ganzen Sommer über in den schönsten Pastellfarben von weiß über rosa und blau. Allerdings haben die Bauern Hortensien es dieses Jahr etwas schwer gehabt, weil wir im April noch Nachtfröste haben und dann verfriert die Knospe, die am Ende der Triebe steht. Sie bilden neue Triebe, die dann grün sind und erst im nächsten Jahr blühen. Diese Sorge haben die Gärtner natürlich erkannt und haben neue Sorten gezüchtet, die immer blühen, das heißt sie sind remontierend, die blühen nach. Die gesorten Gruppen heißen zum Beispiel Everblooms oder Endless Summer oder Forever and Ever. Mit diesem Trick blühen die Hortensien auch die Bauern Hortensien immer, genauso wie die Rissen und die Schneeballhortensien, in denen ich hier stehe.